Hallo Leute Ja, unglaublich, aber ich melde mich nochmal zu Wort für meine restlichen Abonnenten, die hier noch rumschwirren und vielleicht noch meine Videos gucken Ich habe gute, schlechte Nachrichten, wie man es gerade nimmt für euch und zwar folgendes Dieser YouTube-Kanal, MS ManuKing Ich werde ihn komplett aufgeben Ich habe einen neuen YouTube-Kanal und für die restlichen Abonnenten, die ich hier noch habe und die mich hier noch verfolgen gibt dieses Video eigentlich und zwar habe ich die Bitte an euch Bitte abonniert meinen neuen YouTube-Kanal weil auf diesem hier wird nichts mehr passieren Da kommt höchstens nochmal Scheiße hoch, aber sonst auch nicht Ich habe einen neuen, der heißt Gamerstube 2013 Der ist schon etwas älter, aber den habe ich jetzt richtig aktiv gemacht Ich werde hauptsächlich auf diesem YouTube-Kanal Allianz auf Willen abspielen Das ist ein Free-to-Play-Shooter-Game Richtig geil, kann ich euch nur empfehlen Link in der Beschreibung, wie immer Dann, ähm, ja meinen neuen YouTube-Kanal einfach mal bitte abonnieren Es wird dort Gameplays, Montagen, Frack-Movies, Gast-Gameplays, Livestreams Vor allen Dingen Livestreams Dafür will ich mich richtig konzentrieren, auch auf anderen Games Und vieles, vieles mehr geben Wie gerade eben schon gesagt Es gibt auch viele andere Games Aber hauptsächlich werde ich bei AVA hängenbleiben Ja, ich habe natürlich auch schon eine kleine Homepage gemacht Wo man dann so Fragen stellen kann zu meinem YouTube-Kanal Oder wenn ihr mal mit ins Video wollt Oder wenn ihr Fragen zu irgendeiner Scheiße habt Ähm, das ist die hier Das ist jetzt nichts Großartiges Hier steht nochmal mein YouTube-Kanal Mein Ingame-Name, wie ich momentan bei AVA heiße Und auch in anderen Games Das ist der Clan Von AVA, vom Kollegen Äh, ja Er sucht wahrscheinlich Member Wenn ihr Bock habt und 100%ig am Tag on seid Dann meldet euch einfach Hier im Forum Oder schreibt mich an Was auch immer Der Link steht auch nochmal in der Beschreibung Zu der Homepage Falls ihr Fragen habt Wisst ihr ja, wo ihr es findet Ja, ähm Was soll ich noch kurz sagen Das war es eigentlich schon von meiner Seite aus Wie gesagt Ich hoffe wirklich, dass ihr Den Weg findet Zu meinem neuen YouTube-Kanal Und hoffe auf viele Abonnenten Und auf ein bisschen Verbreitung Denn ohne Unterstützung geht das auf YouTube heute gar nicht mehr Weil es einfach zu viele YouTuber gibt Das ist einfach Fakt Und ja, dort ist auch alles sortiert Es wird Gameplays von tausenden von Spielen geben Ich hab da einiges vor Aber wie gesagt Ich bitte um eure Unterstützung Abonniert bitte den neuen Kanal Der wird auf Eis gelegt Den wird es nicht mehr lange geben Und ich hoffe Man sieht sich bald in meinem neuen Video Tschüss Bis zwei Tschüss Bis zum nächsten Mal